ab ok der Soldat.de siehst du was wir spielen auch das ist herrlich der hat mich in der Lage zu spielen wenn es gerade abdreht wo ist mein Messer das ist nicht wahr das ist mein Messer ich höre ständig wo ist mein Messer also die Messer fallen da durch Keine Ahnung, es gibt auch so ein Messer. Ja, ja. So, er macht den Schlitzer oder was? So ein Spiel nehmen wir. Nein, der ist bei YouTube. Und sucht irgendwelchen Müll raus. Ach so. Standard eben. Gehst du unten oder oben Scherer? Ach, da bist du. Nein, du Drecksker, ich wollte gerade sagen, oben und dann wirklich oben lang gehen, dass du mir nicht glaubst. Ja, das ist mit Psychologie so öfter so. Ja, das ist mit Psychologie so öfter so. Was man erst runterlaufen muss, um sich der Messer zu besorgen, in der Psychologie? Nee, kenne ich nicht, nötig ich nicht. Was ist das? Kann man das essen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich schiebe es nicht, gehen wir mal was zu essen. Was ist das? Hab ich doch wieder das richtige Wort gesagt, ey. Ups. Ah, fuck! Ausgespielt, hat er ihn eiskalt ausgespielt, würde ich sagen. Wo ist denn das Messer hingeflogen, Gurke? Ah, keine Ahnung. Du hast, äh, nicht geworfen, du hast mich erstochen. Ja genau, du hast es geworfen, dann hab ich dich erstochen. Das war am nahen Kampf, dann dachte ich mir der Bär wieder. Nein, 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 nein. Nein! So, zwei Messer wieder jetzt. Ja, das hatte ich eben auch. Ah, er trifft mich nicht. Er trifft mich einfach nicht. Dann hab ich schon zwei schöne Long-Range-Kills gemacht vorher. Ja stimmt, aber dafür hab ich, dann spiel ich dich sonst irgendwie aus. Nein! Allein mein Messer flog auch noch und du kriegst immer Damage. Mist. Ach so haben sich die Kontinente... ...getrennt. Aha! Oh! Das ist ja interessant. So und lernt du dir. Das ist was von Plattentektonik. Das ist ja interessant. Ja, ich wusste nicht, dass das eine Eichel schuld war. Oh! Ein Mensch! Dreck der Rad! Ja, warum? Ich wusste nicht, dass es eine Eichel war. Spawntrapping! 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 Aber der Schatz schon der Eugen? Hat der Eugen wohl einen kleinen Treffer, oder? Ich muss mich verarschen! Warum... Warum hatte ich kein Messer in der Hand? Nein! Weil das Gewalt war? Nein! Weil ich Q gedrückt hab! Wir hatten einen Zuschauer, just saying! Ja! Sam Fisher! Vollidiot! Crazy kann sich das auch ruhig installieren! Der hat sicher auch seinen Spaß dabei! Ja, aber sein Campen bringt ja nix! Bist du ein Scherer? Was denn? Wo bist du denn schon wieder von oben? Ich sag mal so, das kennt ein Wörter von mir! Was bringen wir nicht mit dem Camp? Nein! Ja! Was ist es? Pieps hat auch was gepostet! Was hat denn Pieps gepostet? W-O-T! Das dauert noch! Ja! Das weiß ich ja auch nicht. Der ist ja auch ein Brauchscherent friend anzurufen. Der ist ja da! Ach ist das Awesome! Mein Messer fliegt noch und trifft ihn! Nein! Nur deins! Äh nur meins! ich habe immer ich habe eins aufgesammelt minus neun stehe ich ja es ist mir auch egal er kam auf die Idee die bekloppte Spiele auf Korb zu posten Stimmt nicht, das da eigentlich solltet ihr euch aufbauen posten oder Scherz? Erforderliche Aktualisierung für Ghost Week in Phantoms ja Update hat es auch gegeben man hätte das posten müssen unter ähm Server auf was nu Alternative für Server auf ja Server auf, was nu wow Sparta immer heftig schnell ne 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 mein Messer, mein Messer ja ich kann nicht mehr Alfa Punktet, iii, dieser Angeber Scheint aber ein kleines Update zu sein Ja, aber trotzdem haben sie jetzt mittlerweile schon seit fast den ganzen Tag einen Dauntime Echt? Ja Ja, von 6 bis 19 muss uns gehen Ach komm, dann schaffe ich die halbe Stunde auch noch Die halbe Stunde schaffe ich noch Nein, 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 du kriegst mich nie, du Schwein Leben kriegst du mich nie Ich habe ein Messer gefolgt Und ich habe dich auch noch getroffen Ja, aber ich lebe noch Nein Rauchgranate in den Spawn Mit Jetpack und allem dieses Spiel Das Spiel ist einfach lustig Es ist einfach nur Hobby los Ich... Oh wei Nein! Oh, Gogi, das fußt sich nachher auf YouTube Lass die Dings auch mitlaufen? Ich habe Open Broadcaster offen, ich lass das alles mitlaufen Nein! Nein! Ja! Was denn? Verdammt der Dings? Nein! Was denn? Verdammt der Dings? Ähm! Hab ihn! Geil! Er hat die Pfade umgeworfen Mit nem Messer Aua! Mein Mann Ich dachte ich habe keinen Weg mehr Aua, Scheiße! Ich hab's! Scheiße, das ist schon wieder gespawnt Der ist schon wieder gespawnt Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Aua, Aua, mein Paus Er wird schon eine Messer machen hier Oh, 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 nein! Ein paar Kette entdeckt mehr Oh, fuck Ah, Eintritt dann Ah, jetzt töte mich, guck nämlich gerade, wir sind uns nix Ich bin noch gar nicht wieder da und der töte mich schon, ist okay Der steht wahrscheinlich direkt hinter dir Ja, ernsthaft, so? Ich fiste dich! Also, ich nehm lieber mein scharfes Ding Okay, spinnen wir mal weg Ja, hast du den, hast du den Fade-Lace gefunden? Jaja, klappt ganz Das ist jetzt mein Computer und es geht alles wieder Okay, warum hörst du dich so leicht verhackt an? Weil der gerade noch Ghost Raccoon downloadet und... Also, okay, bisschen viel auf albern Du brauchst größere Leitung Ja, definitiv Dann arbeite mal rein So, äh, also Ja, äh, ja Ich trinke jetzt erst mal mit Und einen Kaffee Ich trinke jetzt erst mal mein Frühstück und dann die Schülle Aha Bis später Bis später Ciao Ciao So, dann hast du das jetzt auch untergeladen? Nein, ich hab mir gedacht, die halbe Stunde schreib ich noch Ach komm, das ist echt lustig zu haben Ach, nee, ich wollte meinen Computer nicht irgendwie wieder zum Das sind 18 KB Nein! 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 Sprengt die Kompetenz hier fest. 18 Megabit-Fuhre Spaß! Ach, ich hab... ich hatte noch meine Faust, okay? Komm her! Ich hab doch noch meine Faust! Und nen Fuß! Bam! Und mein Knie hab ich auch noch! Klack! Ich seh ja raus. Boah! Puh! Ja, nein! Ach nö, weißt du schon wieder, wo ich bin? Weiß schon wieder, wo ich bin! Ah, jetzt weiß ich auch, wo du bist! Jetzt weiß ich auch, wo du bist! Einmal rausgeguckt! Nein, beide haben die Faust des anderen geklaut! Ah, da bist du! Ja, komm her! Ja, komm du da auch her! Ich bin hier oben! Naja, unten, Mitte, wie man es nennen will! Gut, irgendwo! Ich weichte jetzt auch aus die letzten zwei Minuten! Ja, ja, ja! Nein! Acht, oh! Oh Mann! Ich hab da gestern die E-Mail an die GZ geschickt! Äh, an die GZ geschickt! Mhm! Ich hab heute die Erfangsbestätigung bekommen! Aha! Und Erfangsbestätigung heißt, dass sie eingegangen ist! Also geöffnet wurde! Auf jeden Fall! Also ist sie zu... äh, ja! Zugestellt! Zugestellt! Ja, genau! Muss ich ja rein raus sein! Mach's nix, Gorg, ich bin trotzdem minus 16! Ja! Mach's trotzdem 17! Du schaffst das nicht in meiner Minute! Nein! Nein! Schaffst du nicht! Nein! Ich hab gesagt, nein, Gurke! Hol mich doch! Fang mich doch! Och, die, das Messer war knapp! Warum bist du so schneller als ich? Hehehe! Ich wollte er kann! Naja, ich muss dazu sagen, ich spiele schon seit ich zwölf bin! Okay! Wie alt bist du? Hehehe! 23! Ja, okay! Du hast so elf Jahre Vorsprung, hab' ich so das Gefühl! Hm! Die letzten 20 Sekunden verteid' ich jetzt noch meine Fahrt! Ja, selber mach' ich auch! Das ist so schlimm! Wuhh! 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 Oh mein Gott! Ja, hier noch entschied'n! Tja! Aargh! Von den Kiseln will ich äh' die bester! Nein, nein! Wuhh! Oh mein Gott! Kann man hier durch? Ja, tut man! Lass mir doch erstmal die Map bekonten. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Da ist irgendwie gegnerische Flagge. Na, du hast gebraucht, mich nicht. Das schreckt. Verdammt. Kannst du es aus der Hand schlagen? Kannst du es aus der Hand schlagen. Irgendwie geht das, ja. Auf einmal hatte ich kein Messer mit der Hand, ohne es geworfen zu haben. Stolper. Oh, ich bin in mein Messer gefallen. Da ist noch einer dann zugekommen. Ja. Aha, und 13 Uhr. Gerreich, ja. Ups, das war mir rein genug. Hast du ihn getötetet? Nee, das ist Prenniveis deaktiviert. 19 Uhr, oh, ihr Spackos. Kannst du ihn töten? Nee. Wer bist du? Bist du der mit der Fahne? Jo. Bist du der mit der Fahne? Irgendwie lag das alles irgendwie so'n bisschen gerade. So, warte, ich bin jetzt mit jedem Team. Nice, alle auf ihn. Bin ich wieder tot. Ich bin bei dir im Team. Ich bin jetzt. Bist du's gut. Bist du's gut. Fäck zusammen mal. Wie gut ist der denn? Der hat nen Hackgun. Der hat drei Messer auf einmal gerät geworfen. Der macht uns gerade zu zweit fertig. Jetzt sag mir doch einmal, dass der keinen Hack an hat. Der macht uns gerade zu zweit fertig. Ist das lächelig. Ey, der hat mich jetzt schon überholt. Ist der heftig? Ich hab ihn. Oh nein, ich hab ihn noch nicht. Sin, Shin Mage is unstoppable. Der Kerl schielt hier nur und der läuft nicht mal mit Flagge oder so. Ey, wie macht man das? Ich mag halt jetzt auch noch Verstärkung bekommen. Ich hab einen Asia-Ansbruck. Ich hab den Asia-Ansbruck. Ich hab einen Asian-Uni. Wir haben noch einen Drittmann. Was ist denn so? Ich hab ihn so. Ich hab ihn so. Ich hab das Gefühl, wir werden ein bisschen gefistet. Mit nem Messer. Ey, von Asian. Leute, ich dachte nur in LoL sind die Asiaten so heftig, ne? Hier auch. Sind jedem Spiel so heftig. So, hanko mehr Latte ist auch gut und wir brauchen Verstärkung. Nein, ich will nicht mit nem Messer gefistet werden. Ich hab Teenager gefistet. Son of a bitch. Ich hab die Fahrer gerettet und dann bin ich gestorben. Mein Gott, was hab ich denn hier alles geschenkt gekriegt. Junge, Junge, Junge. Ich war aber schon lange nicht mehr on. Wo denn? Kommt mit Abends oder was? Ja. Junge, Junge, Junge. Ich hab ne F2000 für sieben Tage gekriegt. Ne SR25 für sieben Tage. Ne AK47, ne 74. Hey, guck mal die ganzen Messer die da unten rumliegen. Ja. Jesus. Du kriegst sowas geschenkt für sieben Tage. Ja, zum Ausprobieren. Ja, das machst du auch schon, oder? Hey, der wird schon wieder einen. Wo siehst du denn das, wie viel das sind? Ja, die wollte ich auch Geld verdienen. Weil du kriegst die Waffen dann eben halt wieder abgenommen. Microphone, you, den. Fuck, aber der Ding ist weg. Das witzige ist, F1 ist bei mir. Microphone, you, den. Das ist blöd. Zieh doch da die Starts. Ich weiche aber aus, ihr Witzes. Komm her. Ich folge dir jetzt. Warum ist denn der so heftig schnell? Der hat's wahrscheinlich, äh, registriert. Ja, und? Ich hab nen Kürbiskopf vereint. Ich hab Fail getötet. Ich wollte den anderen abwerfen und hab dann das Messer geworfen und hab ihn dann getötet. Ja, der leuchtet, den kannst du anziehen. Da siehst du aus wie so'n, weiß ich nicht, so'n rennender Kürbis. Ja, ist gut. Ja, was ist das denn? Euro, okay, ich hab so'n Euro-Coin gekriegt. Nein, hä, was soll ich denn damit? Okay, aktivieren wir mal. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber ich aktiviere es mal. Ja, einfach mal aktivieren. Ich hab ja auch die W.A. 2000. Tactical. Umbau. Fuck! Also meine KD ist gerade minus 17. Ich bin gespawnt und er tötet mich einfach so wieder. So krieg ich den scheiß Kürbis? Ich wollte doch die Base Cap. Wo ist sie denn jetzt? Hey, ich kann keine Messer mehr aufnehmen irgendwie. Base Cap ist weg. So'n Scheiß. Wieso das denn? So'n dreckiger Dreck. Ach ne, vielleicht war's. Das war's. Ha, da ist es. Uhhh. Aisin ist jetzt der Zuschauer. Sehr schön. Wie viel Cola hab ich hier eigentlich noch? I want to mix teams. Also anmelden kann man sich schon. Oh, ich hab noch... Oh. Hä? Ich hab anscheinend wirklich Ghost, äh Quatsch, ähm... Cumbat Amps schon lange nicht mehr gespielt. Nein. Kira, du kennst das auch, ne? Ja, ich hab's auch mal gespielt. Ich überleg grad, es mir wieder zu installieren, falls mein Gros nicht wieder funktioniert. Ich, ich lauf hier grade die ganze Zeit, stell ich grade fest, weil ich so lange nicht mehr gespielt hab, mit irgendwie, äh, 150.000 GP rum. Was?! Wie viel?! Hundertfünfzigtausend. Ne, ne normale Waffe hat doch irgendwie was um 200 gekostet oder so. Oh, und dreitausend NX. Wie, wie chatet man? Ja, die, die wollen. Ah, okay, jetzt haben die eh wieder wen an. Wie geil ist das denn? Ja, ich glaub, dann komm ich mir mal ne Weste. Ey. Ey, wenn ich nur die Account Daten wüsste, würd ich ja schnell den Account mit Amps installieren, ne? Seit, seit vielleicht zwei Jahren nicht mehr on gewesen. Ja, ich auch. Oh, ne, ne, nicht um, äh, halbes Jahr ungefähr. Ja, weil das, den Sp... Das versaut einem echt das Spiel bei, äh, Ghost. Ausgeglichene Weste kauf ich mir. Für einen Tag reicht. Ach ja, da, da gab's das Perma Bayer nicht, das fand ich mir kacke. Ja. Jero, pass auf! Ich festige ihn dann. Wie geil, du kannst mit deinem Rentier-Rucksack rumlaufen. Ach, kann man... Bitte sag mir mal eine, dass... Oh nein, die sind zu dritt. Sag mir bitte... Das grübt wieder immer noch. Oh, wie geil, ich nehm... Ich hab das alles aufgenommen, Gurke. Aber das Ende ist kacke. Oh, wir werden gerade so fertig gemacht. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Oh! Was passiert wenn Gru patcht? Hey Scheiße, die sind in der Uhrzeit so an, installiert das Spiel schnell! Die spawn campen und treffen mich nicht. Die spawn campen. Der hat gerade ein Messer Schnellfeuergewehr, glaube ich. Ja, ist klar. Das ist aber ernsthaft so. Oh. Gocke komm her, ich feste dich. Komm, mit dem Messer von hinten. Kommst du jetzt zurück? Nein, dann hole ich mir halt eure Flagge, ihr Dreckschweine. Oh 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 oh! Oh, ist das lächerlich. Guck mal, was er dann leckt. Julian aus Malta, Leute, da ist ein Namensvetter von mir. Töte ihn! Habe ich gerade. Du bist verpflichtet zu töten. No prisoners! Ach komm schon Leute, ich hab keinen Bock mehr. Wenn ich nur einmal sterb, dann mach ich alter Vieh. Ah, da geh ich jetzt raus, mir reicht's. Meine KD ist am Eimer. Abend. Abend. Hi. Wie komm ich da nicht rein? Ey, was Status ist immer noch auf auf? Ah, Pumpgun. Oh, ich stop auf, na mein. Hahaha.